So, hier ist Willi. Willi hat seit Tagen nichts gefressen. Ich weiß nicht, ob er einfach nur gefüttert werden will. Wir probieren es mal. Willi muss endlich was fressen. Er ist auch relativ schlimm. Obwohl es jetzt nicht so schlimm, dass er so schlank ist. Aber er hat mir jetzt seit einer Woche nichts angenommen. Mal gucken, vielleicht gehe ich ihn dazu. Komm, Willi. Willst du auch fressen? Okay, du fressen. ihr seht willi will von mir gefüttert werden er nimmt im terrarium kein futter ich muss ihn rausnehmen und muss ihn tatsächlich füttern